Hä? Hä? Muss ich nicht mit nem Fahrrad die 7km lester Schule fahren? Hab ich keinen Bock drauf? Korrekt Rollerfahren macht auch keinen Sinn. Bin ich auch nass. Äh, wär ich nass? Oh nein! Ja, ich hab auch keinen Bock drauf. Ich hab von morgen auf dem Sturm. Er sitzt nicht erst. Er gönnt dich. Alter, ist jetzt ziemlich gut. Nee, ich seh nix. Warte! Warte, hier ist... Jetzt wär mal Bitches. I got big booty bitches. Big, big booty bitches. Lass mal den hier trollen. Oh, Alter. Ich geh jetzt nicht weiter. Nee, nee. Ja. Ja. Hat er dich auch? Ja. Er soll keinen Scheiß machen. Er soll nie sein. Ich hab nie gesagt. Ja. Ja. Er guckt wahrscheinlich direkt da hin. Merz. Der Merz. Wer sonst? Nix. Oh lol, oh lol, oh lol, oh lol. Oh, der ist hier genau. Ja. Okay. Oh mein Gott. QBB 95. Er denkt sich halt einfach nur... Boah, ich seh auch nix, weil hier die ganze Zeit alles gut geht, ne? Alter, die halten hier einfach die ganze Zeit... Die handeln zu... Morata mit Donner. Oh wow. Belastend. Double. Stop, nix. Der Typ ist nicht deutsch, halt sag ich dir. Oder? Hab ich echt oder hab ich echt? Ich bin deutsch. Shit. Das geht einem auf den Sack mit den Mains, oder? Ohne Spaß. Das nervt übelst, ey. Das geht gar nicht. Warte. Ich bin davon und steuern. M320, der Merz. Jetzt ist die Wand kaputt, ne? Ja, das war besser. Ja? Okay. Der Merz, der. Der Merz, der. Boah, alter. Hauptsache, Granatenpöp mit und Supporter gezockt. Ätzentrotz. Ich möchte gar abfuck einfach nur. lecker und gruppe Haltpöp mit. Verreicht, Alter! Du bist hier raus! Halt! 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 Ich werd ihn ja nie wieder hier zu till. Ey! Mit... Ja, Alter! Ich sag es hier... ...je bebe. KB F**k Oh my god KB 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 M272 bei Boah ist das schlecht Ist das schlecht KB Oh mein Gott, QBB. Ey, der Typ geht mir so auf den Sack, Mann. Er kann nichts. Da ist keiner, ne? Okay. Einer sitzt hier vorne. Loll, Loll, Loll. Alter, der Ping ist real. Oh mein Gott. Nach zwei Bodyshots mit der Magnum steht der Anfall. Ah, er gibt nicht mehr die Wrecks. Alter, 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 der Typ pendelt nur rum. One-Shot. Oh, schade. Hat er irgendwie an? Äh. Äh, Infinity Sledge. Oh, 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 oh. Oh, der Nadespan. Der ist einfach so was im Deal, alter. Der ist so ne... Der ist schon in HD, alter. Ja. Kannst vergessen, du tooooot, doch nicht. Infantry Sledge, alter, what the fuck. Er ist das so im Hit-Blitch, ne? Den kriegen wir dann 100 Jahre heraus. Ich hab den ja schon mal da rausbekommen. Ja, aber nicht mit dem Nadespan, alter, das ist so ätzend. Denkst du dir, ja, jetzt kann ich die Ecke und der durch. Denkst du dir, gerade jetzt, jetzt kann ich mal wieder gucken. Ich bin nicht mehr suppressed. Und dann, die Uhr und dann. Und dann, dann kommen wieder drei Garten nach. Ja, schimmig ist kein Problem, alter. Er püppelt da hinten mit Laserpoll von Kroker. Ja, schimmig ist kein Problem, alter. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ätzend. Oh mein Gott. Der Block ist weird. Hey Mann, gleich, der Ball ist deine Position. Wirf mal drücken drüber. Kanabe. Was? Connect to the Miracle. Oh mein Gott, Merz, Alter. Merk liegt da vorne. Aber wie gehen wir mit ihren Granaten so auf die Klo? Oh nein, scheiße. Wollen wir es nicht durch? Nein. Noch lange nicht. Da kommt einer mit As-Wall und einer mit M-G. Die können beide nicht treffen. Ja, As-Wall. Hat nicht. Was ein Schmuss, ey. Oh, da revivet keiner. Oh shit. Oh shit. Da ist die Leute mit den 16 keiner reviven. Good job, Team. Oh shit. Das ist so ätzend, wenn die von beiden Seiten kommen. Ja, das ist mega ätzend. Der sowieso. Oh mein Gott, Merk. Ey, der liegt da jetzt seit 5 Minuten in derselben Ecke und es hat es keiner geschafft ihn zu drehen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Boah, da zackt er. Wir müssen nur eine Flagge haben, ey. Er geht noch auf den Sack. Ja, ich bin ja bei A. Juckt aber kein. Ja gut, ich wollte jetzt auf C gehen. Boah, ich bin ja oben gekommen. Ich will es nur neutralisiert haben, Alter. Jetzt flieh ich sofort. Aber weil ich knappe, schau es nicht. Ja, ich würde aufheben. Das geht am Räumenberg. Da, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Du bist ja. Der Typ, ne, der geht einem richtig um die Sache. Der kommt da immer um die Ecke mit seiner heißen Versteck, aber er wirft mir die Granate. Der ist so ein Scherz, ne? Oh, einer flankt. Exzent. Okay, einer war gelogen. Waren mehrere. Ich mag nur. Ich habe den Weg, der Weg, der Weg, der Weg, der Weg, der Weg, der Weg. Da lebt der, what the fuck. Der Weg ist real. Was gab es den Bums? Was ich? Verlief. Ja. Und Alpha. Alles klar. Das Team ist real. Du musst nicht schnell sein, ne? Genau deswegen. Oh mein Gott. Boah, ist das behindert. Ey, schupe mal, ey. Komm, Blackout. Gebeam. Scheiße. Oh. Fuck. Ja, der war der Einzige, was ich gedacht habe. Fuck. Guck mal, wir haben einfach keine Flagge. Das ist so behindert, ey. Und der Team geht gar nicht, Alter. Ich schwör. Der eben, die Sledge, ey. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Die. Oh. Und, um. Die sprayen da einfach ihre ein... Ja, ich auch. Die sprayen da einfach ihre 31 Schuss rein. Hässlich, Alter. Hässlich. Aber was machen wir jetzt hier? Wir kommen hier nicht weg. Toten, was geht? Der ist... Boah. Ey, jetzt kann ich nicht wieder werden, oder? Ne, gar nicht. Oh, ätzend, ey. Ich hasse dieses Spiel, ey. Weißt du, ne? Ja, M1911, Mann. Ich hab auch so'n Sche... Ich schreib zurück, so'n Spot. Das suckt doch. Ich schwör, wer der... Wer der... Wie viel hat er nicht da gewesen? Na ja, dann hätten wir den... Müge, so... Ich scheiße auf A. Ich neutralisiere A, so, dass ich es capturen kann. Und dann gehe ich direkt in die Bukitschen durch, Mann. Jetzt renne ich direkt durch. Ich drücke die Bukitschen. Ich schaue, ich schaue. 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 Aber wir haben C. Ich schaue. Ich schaue bei C. Nee, da ist ein Panzer. Ist ja immer noch... Ich schaue bei C. Er ist... Vikings gegenseitig. Ich pack's nicht, Alter. Nein, wenigstens! Der Typ geht mir so auf den Sack. Und der wird überschroß. Oh mein Gott. Du, die Stabblühe. das macht die so viel nicht mit allem anderen herrscherste die ballon da jetzt nicht echt mit dem tank rein oder und es geht wieder los boah ist das uns oh mein Gott oh mein gott er hat mich auch noch fast er ist doch ein scherz wir werden ja auch noch sterben ich bin tot tschüss ja granate wir haben keine flagge ist das team ist schon wieder so bad ne oh mein gott bmp man ich komm nicht auf klar man ja m4 coole geschichte jetzt hat er mich auch ich hab da keinen bock drauf weißt du das und jetzt steht keiner von euch auf ey ja der kommt jetzt oh mein gott die gegner sind einfach so schlecht weißt du boah keiner von den gegnern kann spielen ja der gegner team ist scheiße aber unser team ist noch schlimmer das geht gar nicht ich pack sowas nicht ich meine so ein gegner team kann doch nicht so schlecht sein oder